Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig auf diese Episode, weil wir schauen uns ein super spannendes Thema an. Das Thema Annehmen und Empfangen. Und das hat sehr viel zu tun mit Reichtum, mit Fülle, damit wie viele materielle Dinge wir uns erlauben. Und auch wie viel Liebe, wie viel Dankbarkeit, wie viel inneren Frieden, wie viel Lernen, wie tief unsere Beziehungen sind und so weiter. Das ist ein super spannendes Thema. Ich war bisher nicht unbedingt so gut im Annehmen. Dazu erzähle ich gleich meine Geschichte und habe gerade ein paar super spannende Erkenntnisse gehabt. Wie du wahrscheinlich weißt, bin ich seit 2011 selbstständig. Ich hatte nie eine Festanstellung. Ich hatte einmal einen Nebenjob beim Fernsehen als Kameramann. Das war alles. Und ich arbeite sehr viel. Also im Großteil meiner wachen Zeit bin ich mit Arbeit beschäftigt und am Überlegen, welche nächsten Videos drehe ich, welche Meditationen. Ich habe Kunden, leite Workshops und so weiter. Und es macht mir super viel Spaß. Und gleichzeitig habe ich mich irgendwann gefragt, das ist komisch. Also so viel wie ich arbeite, ich kenne andere Menschen, die verdienen wesentlich mehr Geld, die haben viel mehr finanzielle Mittel zur Verfügung und die arbeiten wesentlich weniger. Oder auch ein Freund von mir, der etliche Immobilien geerbt hat von seinem Vater, der braucht gar nicht zu arbeiten und kann einfach super gut davon leben. Und so habe ich mich dann mal hingesetzt und mir angeschaut, was liegt denn dahinter, warum fällt es mir schwer anzunehmen. Und vielleicht kennst du das auch, dass es dir sehr leicht fällt, viel zu geben, dass du immer gerne Menschen eine Freude machst und Sachen verschenkst. Aber wenn dir jemand auch nur ein Kompliment macht, geschweige denn, dir ein Geschenk macht oder ein größeres Geschenk, da passiert dann wahrscheinlich etwas in dir. Du fängst an, dich zusammenzuziehen, es fühlt sich eklig an und irgendwas in dir wehrt sich dagegen. Und du versuchst, das abzulehnen oder wenn es ein Kompliment ist, das runterzuspielen und zu sagen, ach nee, kann ja jeder. Und ja, merkst wahrscheinlich auch, dass das sich nicht so gut anfühlt. Und für dein Gegenüber ist es natürlich auch nicht so schön, weil stell dir vor, du möchtest etwas verschenken und dein Gegenüber weist das zurück und du denkst, ich würde es von Herzen gerne schenken, aber du lässt es nicht zu. Die Transaktion kann nicht stattfinden, das kann nicht von A nach B gehen, dieses Geschenk, es steckt fest. Das heißt auch für den oder diejenige, die uns etwas gibt, es ist keine schöne Erfahrung, wenn wir das ablehnen, weil es fühlt sich für den Menschen, der gibt, an, als ob er oder sie abgelehnt wird. Und das ist unsere Ablehnung des Empfangs, des Annehmens. Und ja, das war, was ich dann bei mir entdeckt habe, also ich habe den Coaching-Prozess durchlaufen, ich habe einen Haufen an Methoden, die extrem effektiv sind, also die sehr, sehr schnell und einfach funktionieren. Und das auch meistens, ohne, dass man sich jetzt ewig mit negativen Gefühlen rumquellen muss, sondern es ist eher, es löst den Druck, den wir in uns spüren, auf. Es ist ein Ende des Leidens, ein Ende des, irgendwas stimmt da nicht, ich kämpfe gegen mich selbst, ich weiß auch nicht, was ich tue und ja, ich verstricke mich immer mehr und ich weiß einfach keinen Ausweg. Das heißt, in dem Moment ist meine Erfahrung, wo wir hinschauen und das auf eine zielgerichtete Art und Weise, kann sich endlich der ganze gordische Knoten lösen oder der Staudamm, der das Wasser blockiert im Fluss, kann endlich schmilzen und das Wasser kann beginnen zu fließen. Und endlich gibt es unterhalb des Staudammes wieder Wasser für die Fische und die umliegenden Dörfer und oberhalb des Staudammes gibt es endlich keine Überschwemmung mehr. Und der Fluss nimmt seinen natürlichen Lauf von Quelle bis zum Ozean und es ist harmonisch, es ist kein Druck mehr da. Das ist das, was ich immer wieder feststelle, wenn ich mir ein Thema anschaue, egal wie viel Widerstand und Ablehnung ich vorher hatte. Genau, und in Bezug auf annehmen und empfangen, als ich hingeschaut habe, und das kannst du auch machen, dir auch zwischendurch Zeit nehmen, einfach pausieren, diesen Podcast und das auf dich übertragen. Weil jeder Mensch ist unterschiedlich, ganz wichtig, was ich sage, trifft vielleicht für dich überhaupt nicht zu. Genau, ich habe mich gefragt, was würde denn passieren, wenn ich annehme? Wie würde sich das anfühlen? Was sind meine Assoziationen, meine Annahmen, was annehmen bedeutet? Und ganz schnell kam, naja, wenn mir jemand was gibt, dann muss ich was zurückgeben. Und je mehr ich gerne hätte, desto mehr muss ich geben und es ist so viel Stress, ich arbeite jetzt schon so viel, so viel kann ich gar nicht geben. Also kann ich auch nichts annehmen. Interessanter Punkt. Da steckt die Annahme drin, immer wenn ich was annehme, muss ich auch was geben. Da dachte ich mir, ist ja spannend, weil es sind ja eigentlich zwei Sachen, annehmen und geben. Ich könnte es ja auch umdrehen und sagen, immer wenn ich was gebe, muss ich auch was annehmen. Oder immer wenn ich was gebe, dann kommt was zurück. Ich habe gemerkt, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm, wenn ich arbeite, wenn ich zum Beispiel Videos drehe oder diese Podcast-Folge mache und einfach in die Welt gebe, weil es mir einfach Spaß macht. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, mich erfüllt es unglaublich zu geben. Es ist mit allen schönsten Sachen, die ich mir vorstellen kann, andere Menschen zu unterstützen und deswegen mache ich das und das fühlt sich super gut an. Und es war dann bisher eher so, dass es teilweise ein Stress für mich war, etwas anzunehmen. Dass ich mich dann selbst blockiert habe, merke ich auch gerade erst, wo ich das ausspreche, dass ich dachte, Hilfe, wenn ich jetzt noch mehr gebe, dann fangen noch mehr Menschen an, mir was zurückgeben zu wollen. Ah, dann lasse ich das lieber. Kann ich das nicht einfach so geben, dass nichts zurückkommt? Wie kann ich das machen? Und davon kann ich auch nicht leben. Also, du siehst, es war ein relativ großer Konflikt, sage ich mal. Ich bin froh, dass das durch ist. Ich hoffe, dass das durch ist. Genau, aber dieser Punkt mit annehmen bedeutet, potenziell kommt was zurück. Und da kannst du auch mal für dich hinschauen. Kann es sein, dass du manchmal nicht mehr gibst, weil du Angst hast, dass dir dann Menschen etwas zurückgeben wollen oder dass andere Menschen das Gefühl haben, in deiner Schuld zu stehen. Kann auch ein Punkt sein. Schuld kommen wir später auch nochmal drauf zurück. Genau, das heißt, erste Sache, was, wenn ich einfach nur annehmen kann, ohne was geben zu müssen? Das kam dann bei mir als Frage, was, wenn ich, was, wenn das okay wäre? Und ja, spannenderweise habe ich dazu auch schon verschiedene Sachen erlebt. Zum Beispiel wurde mir mal ein Haus anschenkt. Und davor hatte ich auch übrigens eine Übung gemacht, habe verkörpert, Geld ist wie Sauerstoff. Und schwupp, wenige Stunden später war dieses Haus. Ist eine andere Geschichte. Und neulich habe ich eine Unze Gold geschenkt bekommen. Und falls der Mensch, der mir die Geschenkte das hört, nochmal herzlichen Dank. Das war so eine wunderschöne Erfahrung. Auch, also es war ein Coaching-Klern von mir. Und es ist was Tolles passiert in ihrem Leben. Und da war die Dankbarkeit so groß, dass eine Unze Gold den Weg zu mir gefangen hat. Und es war so ein schönes Gefühl, kann ich dir sagen. Ich habe dieses Geschenk auch physisch in die Hand bekommen. Ich wusste nicht, was es ist. Ich war leicht aufgeregt, neugierig. Ich wusste, ich bekomme ein Geschenk. Hat das geöffnet. Und dann war da ein und so Gold. Und das sind, und genau, falls du nicht weißt, wie viele es sind, sind um die circa 30 Gramm. Aktueller Marktwert zweieinhalbtausend Euro. Und in dem Moment hat sich das einfach gut angefühlt. Ich habe gespürt, wie dieser Mensch mir das gerne schenken wollte. Und bei Gold kann ich es irgendwie gut annehmen. Ich weiß nicht, ich mag Gold sehr, sehr gerne. Und das war einfach so ein Moment der Freude. Und des innerlichen Jubelns und des Berührtseins und der Dankbarkeit. Weil ich ja auch wusste, das ist ein Geschenk, was ich bekomme, weil wir etwas erreicht haben gemeinsam. Weil da ganz viel in ihrem Leben passiert ist. Sehr, sehr Positives. Und in dem Moment war dieses Gefühl der Dankbarkeit einfach so wunderschön. Also es hat mich so tief erfüllt und berührt. Und da war es was total Schönes, das anzunehmen und das annehmen zu können. Genau, deswegen, dass auch als eine Referenzerfahrung oder auch eine Sache, wo du schauen kannst, hast du Referenzerfahrungen, gab es mal Momente in deinem Leben, wo du gut annehmen konntest. Und es kann auch eine Kleinigkeit sein. So etwas wie, du hast einem Sonnenuntergang zugeschaut oder beobachtet und hast einfach genossen, dieses Geschenk, diesen Moment zu erleben, diesen Sonnenuntergang bewusst wahrzunehmen und das zu empfangen, dieses Gefühl, was dadurch entsteht. Oder das Gefühl zum Beispiel der Dankbarkeit oder Liebe. Zu spüren, dass jemand dich liebt. Dass sich jemand um dich kümmert. Dass irgendjemand was vom Supermarkt mitbringt. Das können auch ganz kleine Sachen sein. Aber dieses, oh, danke, dass du mir das mitgebracht hast. Oh, wie gut, dass ich nicht mehr raus muss. Das tat gerade richtig gut. Gehen wir weiter im Kontext. Und zwar eine weitere Annahme, die dann kam, war, okay, wenn ich was annehme, dann gibt es ja jemanden, der mir das gibt. Und dann bin ich quasi das hilflose Kind, was ich wahrscheinlich damals mal war in meiner Kindheit. Und dann muss ich sagen oder machen oder tun, was dieser andere Mensch von mir will. Es bringt mich in eine Abhängigkeit. Es ist, denke ich mal, auch so, dass einige Menschen, die Ressourcen haben, egal ob Geld oder Jobs zu vergeben oder die einfach in einer guten Position sind, das bringt Macht mit sich. Und wenn so ein Mensch nicht aus dem Herzen lebt und nicht zum höchsten Wohle aller handelt, sondern vielleicht nur zu seinem Wohl, dann kann es sein, dass dieser Mensch das missbraucht und sagt, ha, wie cool ist das, ich habe hier ein Druckmittel. Wenn du was von mir willst, dann musst du genau machen, was ich dir sage. Und es ist gut möglich, dass du oder dass ich, dass wir so das erfahren haben in unserer Vergangenheit und deswegen unbewusst vielleicht die Entscheidung getroffen haben, wenn annehmen bedeutet, dass ich mich selbst aufgeben muss, dass ich nicht mehr frei bin, dass ich nicht mehr das tun kann, was ich will, sondern niemand anders gehorchen muss, dann nehme ich lieber gar nichts. Da habe ich keine Lust drauf. Dann habe ich vielleicht gerade so genug, um zu überleben, dann kann ich mir das leicht abschminken mit in einem schönen Haus wohnen oder eine schöne Wohnung oder ein schönes Auto haben und einfach Dinge, die das Leben leichter machen, schöne Kleidung tragen, die dir Dinge leisten, die du gerne hast in deinem Leben, schön reisen. Dann schminke ich mir das ab und dafür habe ich aber meine Freiheit. Es kann auch kommen mit so einer, ja, mit so einem Gefühl von Macht. Puh, mir kann niemand was. Ich brauche niemanden. Ich bin nicht abhängig. Ich lasse mich nicht abhängig machen. Niemand kann mir irgendwas sagen. Ich habe zwar auch nichts, was schade ist, aber ich bin mein eigener Herr. Ich bin meine eigene Frau. Und das ist übrigens auch was, was viele Obdachlose sagen, dass sie sich als freier empfinden, also diejenigen, die das gewählt haben, soweit ich weiß, soweit das meine Erfahrung ist. Ich habe ja mal in Berlin gelebt. Die sagen sich ja, so bin ich nicht abhängig von irgendjemandem. Und es ist ein wesentlich freieres Leben als allem mit den ganzen Zwängen von Ämtern und so weiter, was ich alles tun müsste, wenn ich in das soziale System aufgenommen werden wollen würde. Den Stress tue ich mir nicht an. Da lebe ich lieber auf der Straße und kann komplett selbst über mein Leben entscheiden. Und wie gesagt, nicht alle Menschen, die auf der Straße leben, denen geht es so. Es sind nur jeweils Beispiele rausgepickt, die ich nenne. Aber einfach, es geht um das Gefühl dahinter von, ich lehne das Annehmen ab, ich blockiere es, ich nehme nichts mehr an. Das kann auch unterschiedlich sein. Entweder generell, ich nehme rein gar nichts mehr an von niemandem oder vielleicht spezifisch. Von meinen Eltern nehme ich nichts mehr an. Von Fremden nehme ich nichts mehr an. Von Freunden kann ich nichts annehmen. Da kannst du auch mal hinschauen. Gibt es bei dir bestimmte Menschen, von denen du nichts annehmen willst, oder bestimmte Menschengruppen, bestimmte Rollenbeschreibungen könnte man auch sagen. Oder ist das generell? Oder fällt es dir eigentlich leicht? Kann ja auch sein, dass du hier zuhörst und du liebst annehmen so sehr, dass du einfach noch mehr davon möchtest. Dann habe ich mich auch gefragt, wie ist das denn eigentlich in Bereichen meines Lebens, wo ich gut annehmen kann? Zum Beispiel Sauerstoff. Etwa, ich weiß nicht, wie oft 10, 20 Mal pro Minute atme ich tief ein und mein Körper empfängt Sauerstoff. Wie fühlt sich das an? Und dann merke ich, das fühlt sich sehr sicher an. Das ist etwas, darauf vertraue ich, dass immer noch genug Sauerstoff da ist. Dann dachte ich, was, wenn das mein Grundgefühl wäre, dass ich genauso auf Geld vertrauen kann, genauso auf alle Ressourcen, auf Essen, auf einen Platz zum Schlafen, auf Liebe, auf tolle Menschen, die mich unterstützen, wie auf Sauerstoff. Einfach als eine kleine Denkübung. Das wäre, glaube ich, ein ziemlich cooles Leben. Und ich arbeite daran, ich bin noch nicht ganz da, aber es geht in diese Richtung. Genau. Der Punkt ist darin auch, wir nehmen ja die ganze Zeit an. Wir nehmen Essen in uns auf. Sauerstoff, hatte ich schon. Gefühle von anderen Menschen, Ideen. Wir lesen Bücher, Zeitschriften, schauen uns Videos an. Du schaust gerade dieses Video an und du hörst den Podcast. Und du nimmst meine Worte auf. Das heißt, wenn wir so tun, als ob wir das Annehmen blockieren, müssen wir in eine Scheinwelt gehen, in eine Illusion, weil die Realität ist, wir sind die ganze Zeit am Annehmen. Würden wir nichts annehmen, wären wir innerhalb von drei Minuten tot. Das heißt, der Verstand erfindet eine Geschichte, eine Lüge, darüber, wie die Welt ist und was Annehmen bedeutet, um sich zu disconnecten, damit wir gar nicht mitbekommen, was eigentlich wirklich läuft. Das ist so ein bisschen so, als ob wir durch eine trübe Brille schauen, die die wichtigen Details verschleiert. Also kann es auch schon eine Sache sein, die sehr befreiend wirkt, zu erkennen, oh, ich nehme die ganze Zeit schon an und es scheint jetzt nicht so schlimm zu sein. Ein weiterer Punkt kann schuld sein, dass wir uns schuldig fühlen, wenn wir annehmen. Haben manche von uns vielleicht auch mal erfahren, Thema Kindheit, du hast was von der Tante geschenkt bekommen, jetzt musst du dich aber bedanken. Und ja, manchmal macht das keinen Spaß oder vielleicht spüren wir keine Dankbarkeit und haben dann erfahren, dass wir als böse dargestellt wurden oder als undankbar, wenn wir keine Dankbarkeit gezeigt haben, die wir nicht empfunden haben. Statt zu sagen, wow, okay, das Geschenk, was du bekommen hast, gefällt dir nicht und du fragst dich, was du damit machen sollst, das ist völlig okay, warst, jetzt sei doch nicht so undankbar, jetzt zeig mal ein bisschen mehr Dankbarkeit. Andere Kinder haben gar nichts zu essen, jetzt freu dich mal darüber. Das heißt, es macht natürlich keinen Spaß, wenn man das weihinnerlicht, dass empfangen bedeutet, dass diese inneren Stimmen wieder losgehen, dass ich mich daran erinnere, falls das in meinem Leben passiert ist. Hatte ich jetzt zum Glück nicht, deswegen bin ich da sehr froh, genau, weil ich weiß, dass es ein Thema sein kann. Ein weiterer Punkt ist, dass annehmen oder das Gefühl, die Idee anzunehmen, zu Trennung führt. Und das ist ein bisschen komplexer, deswegen gehe ich ein bisschen tiefer hier drauf ein. Wir können es so sagen, stell dir einen Ozean vor und da fließt einfach Wasser hin und her. Es ist ein Ozean, es ist ein großer Teich, es ist viel Wasser, da gibt es keinen Bereich A des Ozeans und Bereich B. Und jetzt gibt Bereich A, Bereich B, Wasser, eine bestimmte Menge. Und der andere Anteil oder der andere Teil ist dankbar und empfängt das. So funktioniert das nicht. Das Wasser fließt einfach, da ist Flow. Und so ist das Leben. Alles fließt, alles ist die ganze Zeit in Bewegung. Die Elektronen bewegen sich in unserem Körper herum, um die Zellen und die Moleküle oder Atome, so rum. Luft fließt durch die Luft. Luft fließt durch die Luft, ja. Du merkst, es ist schon Freitagabend und das ist das Letzte, was ich gerade mache, diese Folge aufzunehmen. Ich wollte das noch unbedingt machen, weil ich weiß, am Montag habe ich es vergessen. Bei mir ist es immer so, wenn eine Inspiration kommt, ich muss sofort zum Mikrofon oder der Kamera greifen, sonst ist das Ding weg und ja quasi auf immer verloren. Das war mir zu wichtig als Thema. Ja, deswegen ist mein Sport gerade ein bisschen auf hinten verschoben. Und die Luft fließt durch die Luft. Genau, also die Luft fließt einfach, Wasser fließt, Strom fließt, alles ist in Bewegung und auch wir sind in Bewegung. Unser Körper ist in Bewegung. Wir atmen ein und aus und so weiter. Und gleichzeitig haben wir diese Idee, dass wir getrennt sind vom Rest der Welt. Hier ist Thomas. Ich bin separat vom Universum, von der ganzen Welt. Kurz außerhalb meines Körpers fängt die Welt an und um mich rum ist es so wie ausgeschnitten. Da sitze ich hier und dann gibt es die Welt. Es gibt die Welt und mich. Und wenn ich einen anderen Menschen sehe, dann ist der auch Teil der Welt. Nur ich bin nicht Teil der Welt. So kommt uns das manchmal vor. Meistens unbewusst. Das heißt, wir haben die Idee, da ist ein Ich auf der anderen Seite ein Ego, ein getrenntes Ich, ein Mensch und der gibt mir etwas und ich bin auch getrennt. Da denken wir nicht, das ist wie im Ozean, also hier sind zwei Körper, aber die sind Teil des großen Ganzen. So ein bisschen so wie zwei Körperzellen in unserem Körper auch nicht sagen würden, oder du gehörst, du gehörst nicht dazu. Du bist da drüben, ich bin hier und jetzt kommt hier der Sauerstoff durch die Blutbahn. Ich bin jemand, der das annimmt. Es ist einfach eine einzige Bewegung. Und es kann unglaublich entspannend sein, sich bewusst zu machen, ich bin eigentlich gar nicht getrennt. Wer ist eigentlich dieses Ich, was sich für getrennt hält vom Rest der Welt, von Liebe, von Geld, von was auch immer du gerne hättest oder wovon du gerne mehr hättest. Was, wenn das einfach nur eine Illusion ist, ein Gedanke, dass du getrennt bist. Was, wenn du den loslassen würdest, was würde dann passieren? Wie würde sich das anfühlen? Wahrscheinlich wäre da wesentlich mehr Flow. Es wäre gar kein, ja, ich nehme etwas an, sondern oh, da kommt Geld angeflossen. Ha, es kommt zu mir. Wie du merkst, da stößt man auch schon an die Grenzen der Sprache. Etwas, ja, auszudrücken, was, sag ich mal, non-dual ist. Und natürlich können wir sagen, auf einer praktischen Ebene, es gibt dich, es gibt mich, es gibt viele andere Menschen. Mir geht es um die existenzielle Ebene, das heißt, meine Identität. Wer bin ich? Was ist mein Ich-Gefühl? Und beinhaltet das, das Gefühl von Annehmen und von Geld oder von Flow? Oder sage ich, nee, das bin ich nicht. Ich bin niemand, der annimmt. Ich bin niemand, der das verdient hat. Oder was auch immer. Und wenn wir auf dieser Identitätsebene ansetzen, die sehr tief geht oder es auf die tiefste Ebene zu schauen, wer bin ich? Bin ich jemand, der gerne gibt? Bin ich jemand, der gerne annimmt? Da wirst du auch Hinweise darauf finden, warum es dir leicht oder schwer fällt, anzunehmen oder was du annehmen kannst. Was ich immer wieder merke in meiner Arbeit ist, dass wenn ich mir Sachen in mir anschaue und verstehe, welche Glaubenssätze da sind, welche Annahmen ich habe über das Leben, auch was welche Gefühle auslöst und wie dieses Innenleben funktioniert, allein dadurch, dass ich ja da mit der Lupe quasi hinschaue und Sachen finde in mir, die vorher unbewusst waren, dadurch entsteht Freiheit. Weil dadurch erkenne ich, oh wow, das stimmt überhaupt nicht, was ich geglaubt habe. Das macht überhaupt keinen Sinn mehr für mich. Annehmen ist nichts Komisches oder Gefährliches. Ich muss nicht mit jemandem emotional waschen, wenn ich dann nicht mache, was dieser Mensch macht, sondern Annehmen hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich kann mir einfach erlauben, anzunehmen und das kann sich gut anfühlen. Und so erlaube ich mir gerade, habe ich dann als Experiment gemacht, wie wäre es, wenn einfach 100.000 Euro angeflossen kämen. Wie würde sich das anfühlen? Und zwar nicht 100.000 Euro, für die ich hart arbeiten muss oder viel geben muss, sondern einfach nur, wie würde es sich anfühlen, 100.000 Euro zu empfangen? Wie würde sich das in mir anfühlen? Und wenn ich dagegen Widerstand habe, naja, dann brauche ich auch nicht versuchen, hart zu arbeiten, um dann dieser 100.000 Euro würdig zu sein. Weil ich werde sie wahrscheinlich trotzdem blockieren und ablehnen und das Gefühl haben, ich muss noch viel mehr geben, als ich das eh schon tue. Es ist nicht genug, ich bin nicht genug, ich bin wertlos und so weiter. Das heißt, dieses Thema Annehmen führt uns an so viele schöne innere Stellen in uns, wo, ich würde es mal sagen, mehr Liebe hinkommen darf, wo wir erkennen dürfen, dass diese Sätze, diese Annahmen, die da sind und vielleicht das, was mal in unserer Vergangenheit passiert ist, wo wir uns selbst blockiert haben, wo wir Erlebnisse hatten, die nicht so schön waren, wo wir Gedanken und Ideen übernommen haben von vielleicht damals Erwachsenen oder Menschen, die mehr vermeintliche Macht oder ja, was auch immer, als wir hatten und uns bewusst zu werden, dass das alles nur Gedanken sind. Wir machen das selbst in unserem Kopf und in unserem Körper. und deswegen können wir auch was daran ändern. Und ich finde das erst mal so faszinierend, wie gesagt, nordisch kam nicht so unsere Gold vorbei. Spannenderweise, das habe ich nicht erzählt, habe ich eine oder zwei Wochen vorher mir vorgestellt, wie es wäre, ganz viel Gold zu empfangen. Und das Gleiche war mit dem Haus, was mir angeboten wurde. Da habe ich wenige Stunden vorher eine Übung gemacht, um zu verkörpern, dass Geld wie Sauerstoff zu mir fließt. Und ich finde es so faszinierend, wie gesagt, es geht nicht unbedingt immer so schnell, ich finde es nur spannend, dass ich inzwischen immer wieder die Erfahrung mache, dass wenn sich in mir etwas ändert, wenn ich den Quellcode der Programme, die in mir gespeichert sind, umschreibe und dann auf Speichern drücke, dass dann die Programme, die Laufen anders sind, die Computerprogramme und dass das zu anderen Ergebnissen führt, die ich auf dem Bildschirm oder der Leinwand des Lebens angezeigt bekomme. Und im Alltag können wir das oft vergessen und denken, ich muss einfach tun, ich muss machen, so ändert man Realität. Und oft ist es ein Kämpfen gegen das, was wir unbewusst glauben. Wir kämpfen gegen unsere eigenen Überzeugungen und deswegen ist es auch so anstrengend. Dabei ist es mühelos, wenn wir uns erlauben, anzunehmen. Und das heißt nicht, dass wir nichts mehr tun dafür. Wie gesagt, ich liebe es zu arbeiten. Ich würde nie, selbst wenn du mir 100 Millionen geben würdest, morgen aufstehen und genauso weitermachen. Vielleicht würde ich mir ab und zu ein bisschen mehr was gönnen, was mir gut tun würde. Weil so viel wird sich praktisch nicht ändern. Ich werde wahrscheinlich überlegen, was kann ich damit anfangen, was kann ich zurückgeben? Ich hätte super viel Lust, Urwald aufzuforsten, tolle Projekte zu unterstützen. Also in diese Richtung fange ich dann an zu denken, wow, wie kann ich dieses Geld einsetzen zum Wohle der Menschheit? Was wäre der schlauste Weg, das zu machen? Wie können wir Urwald anbauen? Wie können wir Schulen bauen? Wie können wir Menschen unterstützen, die es wirklich brauchen? Und dann kommt wieder noch mehr dieses Gefühls der Fülle. Und das war übrigens auch ein Punkt zu realisieren in Bezug auf annehmen. Ich kann es ruhig überfließen lassen. Das heißt, wenn mir genug gegeben ist, wenn ich genug habe, ja was mache ich denn dann damit? Mit dem ganzen Geld? Also einerseits ist es natürlich sehr, sehr schön zu investieren und das wirklich gewinnbringend anzulegen, sodass immer noch mehr Geld Bäume wachsen, sage ich mal, die Früchte tragen. Und dieses Geld, was daraus entsteht, irgendwann ist es so viel, dass ich es einfach geben, 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 geben kann. Ich habe mal einen Menschen kennengelernt, der hat gesagt, sein Ziel ist es, 90 Prozent seines Einkommens geben zu können. Und deswegen macht er das Ganze. Er hat, glaube ich, inzwischen über 100 oder 200 Schulen gebaut in Afrika. Also ist persönlich verbunden mit Afrika, war da viel, das ist einfach sein Kontinent. Ich frage mich mal, muss man da nach Afrika gehen? Hier kann man auch genug machen, aber gut, für ihn ist es das Richtige, er hat eine persönliche Beziehung zu dem Land, wo er das macht. Und ich finde, das ist was sehr Ermächtigendes, zu sagen, wow, ich möchte 90 Prozent spenden können. Das heißt, ich muss, ich sollte viel mehr verdienen, viel mehr Geld annehmen, damit ich in der Lage bin, so viel geben zu können, weil gleichzeitig ist natürlich wichtig, dass für mich als allererstes gesorgt ist, sonst kann ich gar nichts geben. Und das ist so der Punkt auch, warum ich diese Folge aufnehme, weil ich mir denke, wenn Menschen wie du und ich, die es wirklich gut meinen, die zum Wohle aller sich einbringen, die nicht jemandem schaden wollen oder es wegnehmen, sondern Menschen mit einem großen Herz, wenn wir mehr Mittel haben, wenn wir uns erlauben, in Fülle zu leben und überzufließen, wow, dann mache ich mir über die Zukunft der Menschheit keine Gedanken. Deswegen lass uns daran arbeiten und falls du das Gefühl hast, dass ich dich unterstützen kann, ich habe das Authentic Empowerment Network, der Name ist Programm, ist meine Online-Community mit zwei monatlichen Workshops und geführten Meditationen und mehr einer authentischen Community, wo du einfach du selbst sein kannst, wo wir gemeinsam wachsen und lernen, mehr Fülle zu lassen, erforschen und herausfinden, warum habe ich das bisher blockiert und was würde passieren, wenn ich das zulassen würde? Was, wenn dann was Positives passiert und nicht die negativen Sachen, die sich mein Verstand ausmalt? Und wenn dich das interessiert, den Link findest du in meiner Bio, wie es neudeutsch heißt und auch auf meiner Webseite thomas.com mit B-R-O-E-K-E-R .com Schrägstrich A-E-N für Authentic Empowerment Network. Und ich habe auch zurzeit ein paar Einzelcoaching-Plätze. Das ist die intensivste und direkteste, schnellste Art, mit mir zu arbeiten oder die schnellste Art, um größere Ergebnisse zu bekommen. Falls dich das interessiert und du ein Gefühl hast, ja, das ist das Richtige für dich, dann schreib mir auch gerne. Und Workshops und andere Sachen, ja, habe ich sehr viel Lust wieder bald anzubieten. War jetzt ein bisschen längere Pause, aber jetzt, weil ich sagen gehe ich jetzt mal ins Wochenende. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören und auch wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie bitte mit anderen. Denn je mehr Menschen, ja, wie du und ich, Menschen mit Herz aufwachen und erkennen, wie wertvoll sie sind, desto schöner wird's. Und inzwischen habe ich übrigens auch eine Möglichkeit eingerichtet, mir was zurückzugeben, gerade heute. Nennt sich buymeacoffee.com Der Link ist auch in meiner Bio oder auf meiner Shortlink-Seite. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du möchtest mir was zurückgeben, aber jetzt bin ich herzlich bereit, herzlich gerne bereit, das auch anzunehmen mit einem großen, freudigen, stahlenden Herzen. Jetzt fängt dir draußen der Regen an und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Schön, dass es dich gibt und bis ganz bald.